Hey, was machst du?! Hä? Wo sind wir?! Ich weiß nicht, Digga. Ich, der... Junge! Warte, ich geh hier raus. Bist du komplett behindert, Alter? Hahahaha! Was machst du?! Hey, Schlafmännchen! Verpiss dich! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum relevantesten Projekt auf YouTube! Hi! Hi! Thumb! Heute in den Folgen... Okay, nevermind. Ich hab 1016 Journey 9s. Junge, was ist mit mir los, Alter? Ich hab zu wenig Schlaf gehabt. Erstmal... 7 motherfucking... What? Was? Was soll ich mich von dem Wichser holen? Kachin... Oder? Oder... Shine bright like a diamond. Was denn da warst du, Alter? Ja, Diamonds. Oder... Achso! Ich hab's gar nicht geballt, Alter! Hey, Digga, wir sollten eigentlich mal zu... diesem Dings Quintun. Was kannst du denn mit Kachinscharts machen? Quintun... Äh... Sad Sword. Will das irgendwer haben? Will das irgendwer... Ich glaub, nein. Ich hab mir jetzt Sensorbins geholt, von denen du keinen abkriegst. Die sollten zum Dings Tower, ich geh da jetzt hin. Twin Tower, hm? Twin Tower, nein. Wo bist du? Warte, komm zu... Ah, du bist da. Sag einfach, Quint Tower dazu, Alter. Nicht Quintun. Quint Tower. Quint Tower, Alter. Bester Mann. Wie müssen wir überhaupt battlen? 10... 17, 18, 19, ne? Ich muss erstmal hier. Bleiben sie da, wo sie sind! Was? Du hast dich... Wow! Oh! Nein! Was? Wer kommt nicht zurück! Achso, jetzt... Dann natürlich, du gibst einfach SlashDBC Locations ein und dann kommen wir zurück. Das machst du! Nein! Ich bin der Aufnehmende! Ich mach sowas nicht! Ich bin der Aufnehmende! Warte, was war das denn? Minus 500... Irgendwas... Ja, ich glaub da steht irgendwas, Fabi. Ja, normal steht da irgendwas, Mann. Was denkst du? Ben. Bist du denn schon? Man? Ey! Ich bin nirgendwo... Der Server laggt, Alter! War... Wo bist du? Ähm... Wo hast du uns hingemacht? Oh! Alter, was ist mit dir? Du hast nicht ehrlich in den Chat irgendwo eingegeben, oder? Nein! Ben, ich hab nirgendwo vertauscht. Vor allem... Na... Alter... Ey, was machst du? Hä? Wo sind wir? Ich weiß nicht, Digga. Ich... Der... Junge! Warte, ich geh hier raus. Bist du komplett behindert, Alter? Ich hab's! Jo, ich merk, dass du saßt, Alter. Was war das denn jetzt für ne Aktion? Jäger, ich hab das falsch eingegeben, heute. Echt? Ich dachte, das war richtig, Alter. Müssen wir zu dem... Biom? Oder müssen wir Planes finden? Oh, warte. Lass ich gucken. Wir müssen locker Planes. Wir können hier einfach. Wir können überall, wo du willst. Doktorero was 120. Was? Hast du das jetzt eigentlich... Hast du geskillt jetzt ein bisschen? Ah, nee. Gute Idee. Warte, ich mach mich dazu wieder normal. Oh mein Gott, mein Handy! Schillen Sie! Ich mach jetzt erstmal meine Superform, geh ich noch mal was rein. Ich hab geskillt. Ich mach Superform auf 3. Auf... Ja, auf 3 ist es jetzt. Hey, jetzt sind wir auf einmal wieder in der Gruppe, Alter. Ich versteh nix. Ich hab auf 2. Ich geh jetzt hoch. Und wie viel hab ich jetzt noch? Oh mein Gott! Meine ganzen Training Points gingen dafür drauf, Alter. Echt? Ja. So, ich hab jetzt 20.000 Ding. Ja? Was hast du 20.000? Äh, Battle Power. It seems the Androids were activated and... And one of them wants to fight. Oh, ich kann in die Dings gehen. Oh, wie breit. Die machen nichts, Alter! Schillen Leben! Aaaaah! Deine Haare! Aaaaah! Guck nach oben! Was? Nach oben? Die gucken... Die kommen durch deine... Deine Brust durch. Hast nicht so gut die Brust drin. Ähm, Androids 17. Finding now that Dr. Gero is dead. No one will be able to shut us down. Androids 18. I want to play with our visitor alone. Let's be the sex... Type... C18. Android 17. Okay, then until you're done, I will look around for a car with... Vor allem, die können fliegen. Such denn nach Auto. Du Bitch! Oh mein Gott! Ich bin gesprungen, bin auf einmal im Next Stratosphere... Wo ist die? Hä? Die ist unsi... Mädchen, mach kein Spielchen mit mir. Die ist einfach unsichtbar geworden, Mann. Weil ich hochgesprungen bin, Alter. Die Erde hat sich derzeit zu schnell gedreht... Eeeeey! Ich mach's einfach! Reconnect, Junge! Was ist das, Alter? Ich bin hochgesprungen, die Erde hat sich zu schnell gedreht... ...für den Zirkulationskreis. Connecting to the distance? Da! Oh, da! Du siehst sie? Ja, jetzt. Ja, reconnected. Ich schnitscht! Ah, ich seh sie. Ich schnitscht! Oh mein... Giotto! Oh mein Giotto! Wo ist die, wo ist die? Ich die... Oh, fall on! Alter, die ist stark! Aber die macht irgendwie nicht. Chillig. Oh mein Giot, ich balle die ab! Nein! Die Wecker! Neeeeeeeeeeeeer! Du hast nicht getroffen. Bist voll kaputt gegangen! NEEEEEIN! Die kann nicht fliegen! Nein! Oh shit, das hab ich vergessen! Oh nee! Hinter dir der Tippi-Mi-Mi! Hinter mir! Er fliegt, er fliegt, er fliegt! Hey man! Hä, er hat sich transformiert! Ja, er ist hässlicher! Er ist ein Hase! Wo ist er denn? Nein, er ist mit mir! Er ist ein Hase! Komm mal runter, Junge! Er ist in Stratosphere gestruckt! Junge, was machst du da? Der hat 8.000 Life! Oh, du machst voll viel Schaden und ich bin fast tot! Wo ist der? Oh! Digga, du musst die ganze Zeit in Bewegung bleiben gegen den... Oh! Digga, ich hab fast kein Fleisch mehr, das ist halt... Wir hätten echt nicht anfangen sollen, ihn zu batschen! Shit! Meinst du, ich kann mich hinter Stungoku stehen? Alter, ich hab ein bisschen... Flieg nicht, flieg nicht, flieg nicht! Ram-pam-pam! Deine... meine... Okay Bruder, okay, jetzt tut kritisch, lass mich alleine! Echt? Ja! Safe? Ja! Er hat noch 2.000, ne? Noch! Ich geb dir noch einen, ich geb dir noch einen Ich hab deine Rose bekommen, danke Ich wollte den dir geben, du kleinen Zigeuner Ich kann noch zwei Stege, kann ich noch Wo ist der denn? Oh, sorry No Jetzt mach du auf jeden Fall Senzu can be, was? Alter, du kannst Senzu-Bienz nicht spammen Ja, das ist nur eine Nein, ich hab drei, du Wichser Achso Wo ist der? Wo ist der? Junge, schnell, 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 ich hab sieben, buddy Wo ist der denn? Dahinter die Maus Hinter welcher Maus? Nicht Maus, Haus Ich kann ihn nicht töten Du musst ihn einmal einschlagen Alter Das wird nicht funktionieren, du weißt Ja, normal, Bruder Ich würde sagen, ich mach das Ich hätte eigentlich gesagt Ich brauch mehr Fleisch Alter Ich würde eigentlich gern schlafen vorher, Fabian Oh, Fabian, bin ich schon geliebt Warte, dann geh du Willst du noch schlafen? Ja Dann geh ich kurz runter Junge, jumpscare mich nicht Was? Sales Bruder kam Gell Soll ich? Hast du's gecheckt? Ja, kannst Hast du's grad nicht gecheckt, Alter? Nein Sales Bruder kam Gell Alter Alter Wie lange? Junge, Alter Ich hab gar nicht gecheckt, was du wolltest gerade Oh man, ich hab Drei Fleisch verbraucht Und drei Beans, Alter Und keine Jelly Beans Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal kurz Alter, okay, da bitte Hast du gerade Geh mal in deine Story bitte rein Warte Steht da Find a Rocky bei ihm? Eins Lässt du mir den Text vor? Ja, ja Das ist Group Group Wir haben zusammen Cheater, du bist ein Cheater, ey Wir haben das zusammen getan Cheater, du bist ein Cheats Du bist nicht mein Hundescheats wert, ey Hey, hey, hey Nö? Also, wir bleiben locker Aber, Digga Ich baller den nicht nochmal Kannst vergessen, Alter Erstmal trainieren Erstmal nicht trainieren, sondern Fleisch sammeln Achso, dann wäre das ja voll egal gewesen Wenn wir den jetzt töten Alter, dann hätten wir ja ruhig zusammen kämpfen können Gut, wissen wir für nächste Time Das Ding ist, ich check das aber nicht Weil letztes Mal ging das halt nicht Nein, letztes Mal war Achso Ja, letztes Mal ging nicht Ja, keine Ahnung Dann waren wir doch aus der Gruppe wieder raus, oder nicht? Nein Bei Dr. Gero nicht Dann haben wir den gebatht Und dann waren wir aus der Gruppe Und jetzt sind wir automatisch wieder in der Gruppe Das macht gar keinen Sinn Egal, wir kriegen das hin Manche wollen, dass wir die in der Gruppe fighten Manche wollen es nicht Okay, komm Wir überstehen das zusammen, okay? Nein? Aber in der Gruppe ist eigentlich auch viel geiler als jeder alleine Ja, normal ist das geiler Das Ding ist, jetzt hast du in deiner Folge halt einfach nicht Cell Nur die nächsten Ja, ist doch egal Bruder Wenn ich gerade so an den Namen Cell denke, ne? Ich will was zitieren Und ich will deine Reaktion einfach nur darauf Hör auf Okay? Ich will nicht Doch, bitte Bitte, einfach zu Okay Akukse Du bist ein Hund Kannst nicht zocken Komm gegen mich One on one Ich komm mit vier anderen Weißt du noch? Akukse Du bist ein Hund Kannst nicht zocken Komm gegen mich One on one Komm mit vier anderen Ich weiß noch genau, dass der Wichser Akukse hieß oder so Echt, Alter? Ja, Mann Weil du hast es so vorgelesen dann Du bist ein Hund Kannst nicht zocken Pfff Hahaha Oh, ich one-shotte Dinos, Alter Als wäre ich Ebel Kniebel Ich auch Was gehört? Als wäre ich Ebel Kniebel Tot, tot Okay, ich hab jetzt 16 Also Akukse Wenn du es siehst Du bist ein Hund Kannst nicht zocken Ich geh jetzt auf Namek wieder Äh, auf Vegeta 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 Boah, weißt du was mir aufgefallen ist? Ich hab dieses Projekt noch nicht einmal Waranei gesagt Ich kann es auch nicht mehr so gut Dann holen sie das nach Waranei, 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 neai, neai Dada, 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 dada Ah, mmmm Schmeckt lecker Hey, es schmeckt lecker Kennst du das? Ich kenne alles, aber nicht das, was du meinst Denn du bist nur ein Schuschtwein Was? Ja, nehme ich hin Gerne, danke bitte Kein Ding Ach ja! Was ich noch ansprechen wollte Jungs In meiner letzten Folge Haben wir euch gesagt Tut bitte sagen, wie wir das mit den Training Points machen sollen Und haben die meisten sogar geschrieben, dass wir uns die cheaten sollen Echt? Ja Ich guck mal, was sie heute unter dem Link schreiben Und dann machen wir Resümee Dann machen wir Resümee Okay? Dann ziehen wir das Fazit da raus Weil das steckt da drin Das holen wir raus Ich will, dass der Laden hochkommt Welcher? Den Laden Sie müssen sich genauer erorten Osama bin Laden, Alter Hä? Das dürfen sie gar nicht sagen Ah Wenn sie das tun, kommen sie in Knascht Ich wusste, dass du Knascht sagst, Alter Ey, du kommst Das ist halt so Ey, du kommst in Knascht Du kommst in Knascht Oh, du kommst in Knascht Alter Wir sind hier gekracht Wir sind hier gekracht Oh, wir sind hier gekracht Oh, fuck Oh, fuck Man Junge, das Ding ist halt eigentlich Niemand wird uns verstehen Äh, doch, könnte sein Ja, okay, aber wir lachen halt einfach nur, wir sind so behindert, Mann Ah, guck's, ey, ein beschlund kann schon nicht zocken. Komm gegen mich, one on one. Ich komm mit vier anderen. Hahahaha! Alter, du bist aber auch der größte Bastard, den es gibt. Vor allem, als er so gesehen hat, dass er diese Falle schon wieder macht. Er macht doch schon wieder! Ich bin so ein richtiger Jule, Alter. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Junge, ich hab dieses Video einfach 10.000 Mal geguckt, Alter. Alter, ich such das später. Oh, Scheit. Ich muss dir das angucken nochmal. Er macht das für mich. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Vor allem, ich wollte dir im Hintergrund die ganze Zeit was erklären und du, er macht das schon wieder! Hahahaha! Nö, ich, deswegen ist, ich hab halt so ein Gedächtnis für unnötige Sachen, Alter. Das ist so behindert. Hahahaha! Oh, Junge! Du bist ein Hund, kannst schon nicht zocken. Komm gegen mich. One on one, ich komm mit vier anderen. Was war das denn? Endergames, oder was? Ja, Mann! Endergames waren sowieso unsere krassesten Story. Tötest du mich einfach, Wichser. Mit Absicht. Ja, Junge, was kann ich dafür, Mann? Ja, den Topf tun wir nicht wieder kochen. Ja, am besten nicht. So, ich will dich nicht konzentrieren. Nee, mach's nicht, mach's nicht. Ähm, so Leute, mein lieben Sergians, herzlich willkommen zum neuen, äh... Herzlich willkommen zum neuen Folge, es gibt noch eine dran. Ich meinte natürlich herzlich willkommen zum Ende der Folge. Ja, da begrüße ich auch nochmal alle. Du bist ein Hund, kannst nicht zocken. So, das war's mit der Folge. Ich wünschte, es hat euch gefallen, leider hat's nicht. Hahaha! Hat leider nicht gefallen, ich weiß. Wah, scheiße. Wie immer. Ähm, tut liken to the top. And don't beat the clock. Hahaha! Genau! Ciao! Na neuen Folge, Papa, Baba. Ich komme Rory. Ich komme Rory. Okay, ciao!